So, wir bewegen uns ein bisschen, glaube ich, aus dem Sieggebiet raus. Nein, ich werde jetzt mal das hier leicht essen. Platz wieder zu haben. Weil das schon mal ein bisschen was wert ist, ne? Diese Fische, wenn ihr da selber sowas, ist nix wert. Aber der andere Kram, feiner alter Shader. Eigentlich wird schon fast mehr Sinn machen, das zu verkaufen. Und nur die Fische zu fischen. Aber da kommt ja der Faktor Zeit wieder. Hup! Das ist schon direkt der nächste. Aber jedenfalls werden wir den Axt-Skill ja noch ein bisschen hoch kriegen, bis wir die Quest fertig haben. Tja. Da haben wir schon mal wieder welche. Zwei Stück, fehlen noch drei. Raaj! Oh! Wasgoing alles noch nicht tun? Das ist doch so, was Situation! das ist ja für euch schon da ist wieder einer Ich brauche mehr Wut. Das ist schon wieder einer. Aber der ist ja... Begreift, der da hinter mir ist. 207 haben wir zumindest schon mal die Axt gelungen. Ich habe einen gehauen. Ich habe ihn aber gesehen nicht. Was ist denn der? Da. Da ist er. Oh. Ja, Verzeihung geht auch hoch. Nix drin. Da ist wieder einer. Ja, vom Ausdauer her sollte man das noch schaffen. So können wir immer noch die geringeren Halttränke... ...aber auch immer noch einwerfen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, zwei Stück brauchen wir noch. Das ist noch ein bisschen was wert. Ja, ach zu. Schon so ein bisschen praktisch, dass ich gerade... ...gar nicht groß gezwungen bin hier auch äh... ...zu futtern. So können wir so einschaffen. Ah, sind aber nicht die unsichtbaren hier. Müssen wir uns ein bisschen mehr hier bewegen. Oh, eine Truhe. Ne. Ich dachte, er will in der Truhe, ey. Bei seiner von den toten Wölfen. Hier ist wieder alles ausgedünnt. Genau, auf die andere Seite. Was haben hier immer so viele Leute für das uralte Ei gesucht... ...und jetzt gerade so gehalten... ...aber keiner. Weil der wird ruhig natürlich noch nicht. Weil ich noch nicht so weit bin. Was war da? Geisterpilz. Kann ich jetzt... Ah, schau mal, das war ja da. Bei einer der 60er da. Da ist einfach mal so ein Wolf. ...die Dinger gefarmt hatte. Und ich keine Chance hatte... ...da was abzubekommen. Weil ich immer gegen welche Viecher kämpfen musste. Aber brauche ich doch Geisterpilz für irgendwas schon. Hä, ich glaube ich schon gar nicht. Müssen wir von unserer Mission jetzt nicht abzubekommen. So, da hatte man aber einiges dabei. Da ist wieder ein Blümchen. Wieder Sonnengras. Muss da auch irgendwo... ...ein Wolf sein. Da. woher noch Katkas nur wart... ...wann noch Katkas nur wart. Ah, nix drin. Der eine hat viel drin, der andere hat gar nichts. Immerhin ist die Axis auch schon auf 213. Mir verfehlen nicht mehr so viel. Äh, Kakaschnorwart, wo bist du denn? Da ist er. Da hat er aber noch irgendwo einen wieder gehört. Da. Da läuft er. Aber wenn er unsichtbar ist, muss man immer echt gut hinhören. Deswegen ist das Sound, das ist kacke. Haben wir. So, dann gehen wir die Quest ab. Wir holen dann die andere Quest. Ork Schamano. Da ist nochmal Blasblatt. Ich will das schon jetzt gerne noch. Mach mit dem uralten Ei. Aber schon ein bisschen leichtsinnig, gerade, ne? Ich hab gar nicht schon gedacht, dass die Olle vielleicht mich auch abmauten könnte. Die Viecher immer auch immer schneller sind, als Simon auf dem Mount. Da ist das erste Mal. ... 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